Hier präsentieren wir die besten in-Ear-Kopfhörer-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Anker Soundboots Flow Bluetooth Kopfhörer. Mit einer Abrechnungszeit von ca. 15 Stunden liefern Ihnen diese batteriebetriebenen In-Ear-Kopfhörer eine maximale Laufzeit von 7 Stunden. Mit Bluetooth 4,1 hat dieses Design ebenfalls eine Übertragungsreichweite von rund 10 Metern. Darüber hinaus sind die Anker AK 3.234.011 mit einem Bedienelement und einem eingebauten Mikrofon ausgestattet. Dass die Bluetooth-Kopfhörer gut zu Ihren Ohren passen, werden mit Ohrstöpsel und auch Ohrhaken in drei Größen geliefert. Zusätzlich finden Sie einen nützlichen Drahtclip, T-Shirt-Clip, Reisekoffer und auch Abrechnungskabel im Lieferumfang enthalten. Optisch machen die völlig schwarzen Anker-Kopfhörer einen unkomplizierten, aber qualitativ hochwertigen Eindruck. Es gibt keine Schattenwahl für dieses Design. Der Verbindungsdraht zwischen den jeweiligen Kopfhörern ist 60 cm lang. Im Allgemeinen wiegen die Kopfhörer nur 13,6 Gramm. Zusätzlich gibt Ihnen der Hersteller eine 18-monatige Gäste. Nummer 4. Liam & Dan in ihr Kopfhörer-State High-End-Ear-Phone. Dies ist das ursprüngliche Design in unserem Vergleich, das weder einen einzigartigen Steuerungsaspekt noch ein integriertes Mikrofon hat. Die In-Ir-Kopfhörer von Liam & Dan sind eigentlich nur für die Aufmerksamkeit auf Musik geplant. Um sicherzustellen, dass diese gut in Ihre Ohren passen, werden sie mit neuen Sätzen von Ohrstöpseln in verschiedenen Größen geliefert. Stilistisch machen die überwiegend schwarzen Kopfhörer mit ihren roten Akzenten einen äußerst zeitgemäßen und auch erstklassigen Eindruck. Dieses Modell hat einen 125 cm Kabel-TV und wiegt einfach 18,1 Gramm. Es gibt keine Herstellersicherheit für dieses Produkt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Grittin In-Ir-Kopfhörer Die In-Ir-Kopfhörer von Grittin verfügen ebenfalls über ein einzigartiges Bedienelement mit integriertem Mikrofon. Sie können diese Version bei Bedarf auch als Freisprechsystem verwenden. Leider haben diese In-Ir-Kopfhörer keine anderen einzigartigen Funktionen. Sie finden einige zusätzliche Stellzubehör in der Umfang der Sendung. Dazu gehören zwei Sätze Ersatz-Urstöpsel, eine Schleppsituation sowie ein Befestigungskling. Optisch sorgen die Grittin-Farbenen In-Ir-Kopfhörer mit ihrer silberschwarzen Farbung für eine äußerst moderne und attraktive Wahrnehmung. Verschiedene Farbtöne sind hier jedoch nicht ohne weiteres erhältlich. Ähnlich wie das letzte angebotene Produkt haben diese In-Ir-Kopfhörer eine Kabelfernsehgröße von 120 cm und ein Gewicht von 31,8 g sowie eine 12-monatige Versicherung bei jedem Einkommen. Nummer 2. Toplus Kopfhörer In-Ir-Kopfhörer Die In-Ir-Kopfhörer von Toplus sind zusätzlich mit einer Steuerkomponente und einem Mikrofon am Kabel ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie dieses Design auch als Freisprechsystem nutzen können, das beispielsweise für Anrufe während der Fahrt äußerst wertvoll sein kann. Zusammen mit den In-Ir-Kopfhörern finden Sie drei Paar Uhrstöpsel. In den Größen S, M und L ästhetisch zeichnen sich die einfarbigen Toplus Kopfhörer durch ihre etwas versetzten Uhrstöpsel aus. Sie sind zusätzlich leicht in Schwarz oder Weiß erhältlich, mit einer Kordelgröße von 120 cm. Mit einem Gewicht von 31,8 g sind diese Kopfhörer deutlich größer als das letzte Design präsentierte. Wenn Sie diese In-Ir kaufen, gibt Ihnen der Hersteller eine 12-monatige Garantie. Und die Nummer 1 unserer Liste. Clean Fusion Kopfhörer In-Irs Die In-Ir-Uhrhörer von Clean verfügen über ein tragbares Bedienelement entlang der Schnur und ein eingebautes Mikrofon. So können Sie auch telefonieren, ohne auch Ihr Smartphone aus der Tasche zu nehmen. Darüber hinaus sind die Clean Fusion mit speziellen Memere-Schaum-Ad-Ons ausgestattet, die sich laut Hersteller effizient an die Form Ihres Gehörgangs anpassen und Ihnen hervorragenden Komfort bieten. Darüber hinaus sorgen die Accessoires für einen großen Schutz des Umgebungsklangs. Neben den Kopfhörern umfasst der Verteilungsumfang 10 Paar Memere-Schaum-Urstöpsel in verschiedenen Abmessungen, eine Transportsituation sowie einen Splitterauslass für 3,5 mm Buchsen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!